ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ich will kein Revealio einsetzen, ich will angreifen. Ich setz Revealio ein. Es kotzt mich so an, es kotzt mich so an. Du kannst nichts machen, weil dieses Mistvieh so was von overpowered ist. Man, es ist schon wieder drüber. Aber trotzdem, ey, es kann... Ich bin ein Kerre. Ich bin ein Kerre. Ich bin ein Kerre. Du kannst nie auch. Das war's für heute. Das macht gerade keinen Spaß, ey. Das war's für mich, du willst dich sterben. Aber was steht denn? Ich befürchte, wenn ich jetzt wirklich die Fähigkeit... Äh, warte mal, warte mal... Oder vielleicht... Okay. Das war's für heute. Aber treibt's jetzt einfach! Hör auf mit der Scheiße! Aber Baudium ist noch mal vier Dinger noch dazu sitzen, ich darf. Übertreib's mal! Ich krieg das Fies nicht runter, das kotzt mich gerade einfach nur an! Ja, weil deine Scheiß-Dings sich... Ja, Baudium ist noch einer auf da hinten, genau so ist es! Ich hab noch nicht mal ne offizielle Chance... Ich kann doch nicht mal die Taubeströmpfe wechseln, weil der sofort wieder drauf geht! Das war's für heute! Ja! Das war's für heute! Das war's für heute! Das war's für heute! Ja, ich krieg da mal hier so ein Steinkei auch nicht mal nicht gepackt! Ja, wir müssen jetzt echt aufpassen, ey! Tschüss! Da hab ich einmal nicht aufgepasst, ey! Ich kann auch nichts machen, weil ich hab keine Möglichkeit meine Zauber, der hat sich nicht da ist dann genug auf! Nein! Nein! Ich hab jetzt... Was? Professor Fick? Ich hab jetzt grad Professor Fick gekriegt? Ja, das töd ich dich schnell in Ocean! Bis woher der kommt? Ja! 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 Geh Sie! Ja! Ich habe die Bote in der Bote. Wie hast du mich denn jetzt noch umgesiegt? Ich hab noch nie meinen Powertrank gerade in der Nähe. Ach, geht mir auf den Sack, ey. Na, da war das leider. Nein! Ha! Ja, da war er gesessen. Hau ab jetzt von mir! Ja, da war er gesessen. Hau ab jetzt von mir! Komm, Professor, viel Hilfe mal! Ich krieg die Mocken gerade! Ich darf ja nicht! Ich darf ja nicht! Ja, ist klar. Du hast natürlich schon wieder direkt einen Link. Ich mach dich! Ich kann nicht öffnen. Ich kann nicht öffnen! Mit mir! Ich kann nicht öffnen! Ich kann nie sachen. Ich kann nicht öffnen. Verder, ich kann nicht öffnen. Ich hab den Motten, ich schmeiß das Spiel gleich wieder runter. Ich hab so keinen Bock mehr. Ey, dieses Missvieh geht mir so auf den Sack. Und wenn ihr da mal Hilfe bekommt, dann kill ich den schnell noch. Das wird jetzt auch der letzte Versuch werden. Sonst müssen wir es halt noch mal probieren. Klar, ey, ich hab die Motten, ich hab die Schnauze gerade. Dezent voll, ey. Der schießt daneben und da kommt ein Scheiß Stein, der mal runterfällt. Wir probieren es dann nochmal. Wir probieren es dann nochmal.